Hallo, grüß euch. Ihr seid wegen dem Video da? Servus, ja genau. Ja, dann kommt es rein. Kann sich kurz vorstellen? Ich bin der Steiner Julius. Als was arbeitest du da? Ich bin Signalwerkführer beim Sicherungsdienst. Was bedeutet eigentlich ASC? ASC heißt Anlagen und Service Center. Cool, man steht heute am Programm. Heute werden wir eine Weicheninspektion machen und eine Signalinspektion. Klingt gut. Was sagst du zum Wetter heute? Ja, es gibt bessere Tage, aber es ist nicht so schlimm. Wie sind denn deine Kollegen so? Ja, schauen wir gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Super. Dürfen wir dich jetzt ein bisschen begleiten? Ja, ich hätte gesagt, wir tun einmal was. Ich bin seit 2010 bei der ÖBB beschäftigt, habe eine Lehre gemacht und meine Tätigkeit momentan, ich bin beim Sicherungsdienst in Wiedermeustadt. Wir sind zuständig für die Sicherheit und Verfügbarkeit von Weichen, Signalen, Eisenbahnkreuzungen und dergleichen. Der Kunde hat von meiner Arbeit, wenn zum Beispiel eine Weiche gestört ist, dass wir uns bemühen, schnellstmöglich vor Ort zu sein, mit der Entstörung zu beginnen und damit der Zugverkehr wieder fließt. Ich arbeite gerne handwerklich. Es wäre kein Job für mich den ganzen Tag im Büro oder irgendwo zu sitzen und das ist ein abwechslungsreiches Arbeiten. Wir sind jeden Tag draußen, haben jeden Tag andere Arbeit. In Zeiten vom Dieselskandal und Umweltbelastung und nachdem die Bahn ja mit 100% grünem Strom fährt, werden viele Leute sicher umsteigen auf die Bahn und von dem her glaube ich, dass die Bahn sicher eine große Zukunft hat. Ich hoffe, dass ich bei der Eisenbahn bleibe. Es macht mich stolz, einen Beitrag zu leisten, damit unsere Kundinnen und Kunden sicher und pünktlich jeden Tag ihre Ziele erreichen. So, fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und kommt gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.